und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei disaster report 4 summer memories wir haben hunger ich habe ja in der letzten folge sollte man ja leute anwerben nachdem ich leider ein schnell durchgeklickt habe ich das ja ein bisschen verpasst ja zurückgehen kann ich nicht mehr aber ich wollte mal schauen ob ich irgendwas mit der lady machen oder nochmals zu der lady könnte die ja so das gebäude ist ja auch komplett umfallen soll das terminal sein warte mal jetzt soll ich glaube ich leute anwerben war ich da schon drin scheiße ich hoffe ich habe da nicht zu spät ach nee warte wir haben ja gespeichert bevor wir denen gefolgt sind genau Wir haben hier Essen und Trinken, mein Freund, Beweist Außerwelt, See you body and soul. Ja ich bleib trotzdem alarmiert. Hakuya! 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 Ich bin immer noch ein Freund. Oh, das ist wunderbar. Das ist so verdächtig. Wenn ihr ein wenig geblieben habt, dann kommen wir in die Arbeit. Wir sollen an unseren Aufgaben arbeiten. Wir sollen an unseren Aufgaben arbeiten. Herr erzählt auf uns. Was du für Aufgaben, Junge? Ich weiß nicht, was ich für Aufgaben habe, Alter. Ich sehe den Shop aufgekündigt und arbeite für die Gruppe. Food for and so many amazing people. Also großartiges Essen und großartige Leute. Der Typ ist wundervoll. Blablabla. Wundervoll auch. So. Stimm den Kuchen. Kompass nehmen wir. Der Typ ist ein sehr grosser Mitglied der Gruppe. Der Typ ist Miss Omori. Und der Typ ist Mr. Koyama. Blablabla. Likes to exist. Der will seine Mutter mit reinziehen. Ja. Oh. Total idiot, with this place. So. Alle da draußen sind Idioten. Ja. Scheiss gelackt mei Rafi. Quite enough time to take me into an asset bowling side. Hä? Dann kurz mit den Lava. Save as many fellow humans as possible. Go and talk to anybody who could use some salvation. Wir sollen jetzt alle da rein holen, die wo geputzt sind. Ja, die sind so groß und bringen sie zu der White Coast. Word of Comfort. Alles klar. Side Up Workout. Da war glaube ich noch einer dabei. Trucked Out. Was ist denn du? Auch nicht. Was ist mit dir? Hm. Geben wir mir einen. Den anderen wussten wir ja auch. Das ist der da drüben. Wir machen jetzt einfach mal mit, weil wir ja gestern gewusst haben, wie wir weitergehen sollen. Wo war denn der? Der da? Nein. Der da? Oh, ich kann keinen mehr fragen, solange ich einen dabei habe. Verdammt, ich hätte gestern vielleicht weitermachen können. So ein Käse. Oh, da muss ich nur einen mitbringen. Ich bin jetzt dabei. Ich habe noch einen Freund von uns. Great Job. Sieben Moralpunkte. Nehmen wir das safe as many, also bla bla bla. Okay, wir haben einen neuen mitgebracht. Haben jetzt sieben Moralpunkte bekommen. Achso, jetzt meine Limbo. Und jetzt können wir weitermachen. Wie schaut's denn mit dir aus? Psykt ab. Hier war doch auch einer, bist du nicht verarscht? Ja, da. Blalalalalala. Aber wir kriegen halt auch Moralpunkte. Warum? Weil das ist so eine verdammte Sekte, alter. Ja. Mehr Moralpunkte. Ich sehe nichts mehr. I don't see it. Hungry man. Mal hier, der da. Hungry man. Wo sind wir? Komm, vor allem bringen sie. Ab, geh mit. Auf zur Sekte. Was ist jetzt los? Oh, ich kann nicht glauben, dass du so viele in so kurzer Zeit gesammelt hast. Was? 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 Die Leute werden hier verletzt? Was? 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 Warum zur Hölle bin ich denn hier anführer jetzt? Oh ja, den habe ich vorher gar nichts genommen. Outmet. 30 Millionen Yen, Alter. Mir nimmt das auf Ehring mit. Was? Oh. Alter, ich bin doch jetzt der Anführer. Ihr wollt mich verarschen gerade, oder? Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das nochmal gemacht habe. Okay, da sind wir wieder. Los geht's. Ja, das Pires, ich bin jetzt hier der Chef. Ja, ja, ja. Oh, das kann ich gerade wegdrücken. Oh, ich soll mal wieder aufs große Bild wechseln, weil ich habe nebenbei noch was geschaut. Jetzt. Zack. Ja, aber ich finde es... ...set. Now then. Around the world. Only pray for those who worship me. Ich bete für die Leute in der Welt. 100 Moralpunkte. Nur dann. Stand up. Ey, das ist doch voll komisch irgendwie. Was geht denn ab, ey? Ich bin hier der Chef. Hey. Komm da, Mr. Nishi. Hey. Unser wundervoller Anführer. Kann ich jetzt einfach abholen? Hä? Jetzt kommt was? Willst du mich verarschen? Er ist schuld, dass die Welt so ist. Also, solche wie er. Ja, ich bin wieder Kapo, ja. Ich bin wirklich einiger Mensch, und ich bin mega beeindruckend. Das ist wie ein wundervoller Anführer. Ich finde es auch so, was ich nehm. Ich bin immer so, wenn ich es nicht verarschen würde. Ich bin immer ü detection, ich nehme mich aus. Es ist immer wieder zu viel Spaß. Wolltf mich gleich去ken, wenn ich ihn verarschen würde. Was? Ich meine wirklich nur, das macht sich nicht verbunden. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ruhe. Lasst ihn los. Es ist gut. Zubeco nicht zu sagen. Diese Gestik, Alter, was er da macht. Ja. Ich habe das gemacht. 40 Moralpunkte. Doch. Da habe ich ein Glück. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Du bist. Das ist nicht gerade auch so im Weg. Dann bitte. Das ist nicht möglich. Das ist nicht gerade auch so im Weg. Das ist nicht möglich. Oh oh. Oh. Huh. Du bist ein Verletzter. Sie sind ein Verletzter. Sie sind ein Verletzter. Sie sind ein Verletzter. Warum hast du das verletztert? Ihr seid alle. Der Präsident ist verletzter. Du bist nur ein Verletzter. Ich werde ein Verletzter. Ich werde ein Verletzter. Ich werde ein Verletzter. Ich werde eine Verletzter. Alter. Hier ist doch überall. Wo kommen denn die alle her? Alter Scheiße. Hä? Die machen hier gar nichts. Ich bin ein Schmuck! Ich bin ein Schmuck! Ich meine, das Spiel ist neun Jahre alt, Alter. Und da verstehe ich, warum manche gesagt haben, sie verstehen nicht, sie wissen nicht, warum gerade sowas mit Neigemacht wurde. Kritik an Religion oder an Sekten oder so. Hey, wer bist denn du? Oh, sie ist verletzt. Entschuldigen Sie, nachbeben auf dem Weg nach Hause. Ja, klar. Vielen Dank. Davon habe ich schon ein Nächster, ist das nicht der Doktor? Oh, meine Frau. Wie war das? Also wir sind eine Weile ausruhen und ich verdiene eine gelohmung. Aber, Frau, Sie haben noch nicht in der Wohnung. Sie haben noch eine Bewege. Und das Bewege, Sie sollten Sie sich auch für Sie. Hey, Kyoko. Was? Frau, Sie haben Sie in der Wohnung? Sie sind noch nicht in der Wohnung. Wenn Sie sich die Mutter aufrufen, dann werden Sie nicht mehr. Ich habe es nicht... Ja klar, was a demonic wife, I decide to help her out. Ja klar. Alter, was für eine Bitch ey. Ah, turn the corner ahead, I go to the hospital shop, be on the main shopping street, I'm counting on you. What the fuck? What the hell ey, weißt du, die ist verletzten, wenn die sich reinlegt, hab ich nix mehr zum schlafen. Scheiße, ihr könnt ne verdammte Decke auf dem Boden legen. So, safe. Vor allem wie klein sind eure Räume, dass ihr nicht mal... Schafft jemand runterzubringen. Ist das das Krankenhaus? Scheiße, ist das auch ein White Coat? Schaut doch noch Krankenhaus aus, Jürgen. Nein, wenn du gar nicht hole in der Räume, wenn man kann, glaubst du ja. Okay? Heilige Scheiße. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ey, aber da kann ich rein und was klauen. Nein, 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 nein. Lauf weiter, laufe dein Leben. Warte mal, was ist das für eine... Scheiße, ich wäre halt da fast abgestürzt. Wer bist denn du? Ist das Krankenhaus? Nein, Kyo, what happened? You're injured, hold on, just a moment. Banished, banished, overlebt. Haben wir ein Bandage bekommen. Bist das du, Kyo? Wieso bist du rumgetragen? Ich habe sie gerettet. Ah, Bruderian, you're not trying to trick you, are you? I'm not worrying about this one, he's a kind soul. Squad to the hospital. Hm, I'm a little amazed at how trusting you are. Ja, die verdächtigt mich natürlich gleich wieder. Du, Minus. Manstreet, by cutting through... Wie komme ich denn jetzt da rum? Shit. Will ich über die Laterne steigen? Natürlich nicht. Mich nervt es, dass ich in der Treppe kam. Hör mal, da hinten war eine Treppe, ne? Oh, da oben geht's drüber. Ah. Lalalalalalalalalalalala. Oder ich kann da durch, vielleicht. Hey, boy, was geht? Geh mal hier durch. Ich bin froh, dass wir nicht rennen können, sonst würde das Spiel schneller gehen. Shit. Wir lassen uns Zeit. Bam, 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 bam. Jetzt los. Ach, komm schon. Hm? Du? Du bist das, oder? Ah, du bist das. Ja. Also kann den Typ jetzt endlich mal Wehrvermöbeln? Wieso ist denn das? Grand Machio! Say, now you have to come back home, it's dangerous. Achso, ist ja zurück nach Hause. Ah, you're heading to the hospital, right? Das ist super secret shortcut. Okay, er hat einen geheimen Weg für uns. Was? Ja, mit der Frau halt einfach runterjumpen. Was ist denn hin? Ist ja nicht so, als ob wir... Gucken wir dann später nochmal zurück und können das alles ausräumen. Achso, wahrscheinlich wenn ich sage, nö, keine Lust. Okay, Mister, rechts gehen. Okay, Mister, rechts gehen. I go on and wait a line. Don't worry about me, no. Okay, Mister. Hey, what happened, Q? You injured. Ah, that might be tough. The hospital is a ways off, but... The hospital is a bicycle trailer, I was thinking of using... Was ist jetzt los? Achso. Achso, ich kann das nichts machen. Ah. Aus der Bahn. Oh shit. Oh shit. Go, go, Power. Go, go. Was sind wir denn alles für Sachen? Oh shit. Oh shit. Alles beobachten, was können da oben fallen. Okay, wir sind da. Ah, wir sind ja nicht da. Oh shit. Alter, das ist komplett voll. Oh, nicht möglich. Can you apologize, but we have other patients with more serious illnesses. If you want some Metal Geeks Immersion, you have to wait for a long time. Okay, die muss lange warten, weil natürlich die voll belegt sind. Ah, wir sollen zur Schule gehen. Hm. Hm, jetzt können wir uns ins Shelter. Okay, er geht jetzt nach Hause. Und wir bringen jetzt die Großmutter zum, zum Shelter. In der Schule ist scheinbar eine Unterkunft. Was sind denn das eigentlich alles für Gebäude, dass die so einstürzen? Wirst du mich verarschen? Was bauen denn die hier? So. Moment, die Schule ist einstürzen. Da ist die älteren Woman. Okay, wir gehen zur Schulunterkunft. Halt, warte, x Kurz ein bisschen strecken Ich habe doch bloß ein leicht verletztes Bein Binden wir es zu und fertig Ein bisschen tackern, ein bisschen Klebeband Heißkleber vielleicht noch ein bisschen Sprühschaum Müsste doch das funktionieren Gut, dass die Schule auch voll für den Arsch ausschaut Außenseider Diese Lady hat eine Verletzung Ich kam, dass sie ein Doktor Was ist das? Ich habe das Bein, dass sie sich in der Arsch ausschaut Das ist so schwer, dass sie sich in der Arsch ausschaut Soll ich nicht sehen, aber Das ist, dass diese Beinung ist, dass sie nicht Es gibt, dass sie nicht in der Arsch ausschaut Wenn sie hierher kommen und die Brüder kommen Also jetzt mal ernst, aber es sind ja zu viele Arschlöcher unterwegs. Viel zu viele Arschlöcher. Ich muss dringend aufs Klo. Das ist die Frage, wo ist der Dock? Who lets the Dock out? Und warum war der so ein Arsch? Watching man, I'm not being mean, I'm just saying you shouldn't go and use the gym. Everyone's in a bad mood. Okay, die sind alle schlecht drauf. The gym's full, so we can't go in. Malta. Sympathizing woman. They don't seem to like you. Ja, man merkt das, sie mir nicht mögen. Hallo, wie kann ich ihnen helfen? I tell her, we want to check on the latest injury. Check, wir wollen ihre Verletzung checken. Oh, der Dockter left for the break and he wasted some passions. Oh. Das ist nur die Schuld von den Leuten, die bewegen. Das ist nur die Schuld von den Leuten, die bewegen.